Hallo, mein Name ist Marc Kemper vom Siemens Schaltschrankteam. Wir beschäftigen uns mit der Anwendung Simares Design für Elektroplanung von Maschinen. Das Thema heute ist, wie wähle ich einen Transformator in Simares Design aus? Dafür wählen wir zuallererst den Transformator aus. Diesen finden Sie unter Einspeisung und Kupplung. Mit Linksklick können Sie das Symbol wählen, ziehen es wie gewünscht an die Position und es geht das Pop-up auf. Wir können nun hier auswählen, da wir die Einspeisung vor dem Transformator sowieso nicht wissen. Nehmen wir jetzt mal keine Art des Schaltgerätes und die Art der Verbindung setzen wir auch direkt auf einen Direktanschluss. Hier können wir nun die Netzform wählen, die wir haben. Die Art des Schaltgerätes Antransformator, da wir diese auch nicht wissen, lassen wir die frei. Wir wählen hier einen Direktanschluss, da der Direktanschluss einen so hohen Querschnitt hat, dass er die Kurzschlussströme vom Trafo nicht direkt beeinflusst oder marginal beeinflusst. Und nun haben wir hier unten einen Leistungsschalter. Dieser Leistungsschalter ist der Hauptschalter an der Niederspannungshauptverteilung in ihrem Stromsystem. Auf Fertigstellen und der Transformator ist angelegt. Um nun die Vorbelegung loszuwerden, gehen Sie erneut mit Linksklick auf das Symbol und die Maus ist erneut frei. Um nun die Trafo-Größe zu ändern, gehen wir mit Doppelklick auf den Transformator. Wir können hier nun die Trafobenennung ändern, Hersteller oder andere Angaben des Trafos ändern und die Benessungsleistung anpassen. Bei mittelständischen Unternehmen sind zwischen 630 und 1250 KVA üblich. Höhere Leistungen haben Sie nur bei größeren Industriebetrieben, wie in größeren Automobilindustrien oder Industrien mit einem sehr hohen Energiebedarf. Wir nehmen zu Verführungszwecken in diesem Fall jetzt ein 2-MVA-Trafo. Auf OK und Fertigstellen und Ihr Trafo ist angelegt. Für weitere Informationen und Videos zum Thema Elektroplanung empfehle ich Ihnen die Internetseite www.siemens.de-schaltschrank. Vielen Dank!